Wenn Sie in der Weltpolitik mitspielen können oder wollen, dann können Sie sich nicht auf Korruption verlassen, denn Sie brauchen effiziente Prozesse und Sie brauchen effektive Resultate. Ganz einfach. Xi Jinping ist nicht nur Chairman von überall, sondern Xi Jinping ist auch physisch fast überall präsent. Ich weiss nicht, wann dieser Mensch schläft. Präsenz und Engagement, glaube ich, ganz, ganz wichtig, wenn man Veränderungen machen will. Organisationsveränderungen, meine Damen und Herren, funktionieren nur, indem man verändert und zugleich stabilisiert. Diese Spannung, mit der müssen Sie arbeiten können, meine Damen und Herren. Verändern, aber zugleich auch bewahren.